Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Du bist immer fleißig am Rasenmähen, doch es bleibt immer etwas Graschnitt auf deinem Rasen zurück, obwohl es eigentlich in den Auffangkorb fallen sollte? Oder sieht dein Rasen nach dem Rasenmähen vielleicht so aus? Dann solltest du unbedingt handeln und deinen Rasenmäher mit einem neuen, speziellen Messer ausstatten. Warum, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Wie du hier bei unserem alten Honda-Rasenmäher sehen kannst, arbeitet das Messer nicht mehr ganz sauber. Es bleibt einiges an Rasenschnitt auf dem Rasen zurück. Sieht man genau hin, sieht man auch, dass das Gras nicht mehr sauber abgeschnitten wird, sondern eher abgerissen wird. Sollte es bei euch ähnlich sein, solltet ihr handeln. Manchmal hilft auch schon das Schleifen des Messers aus, um das Gras wieder sauber zu schneiden. Bleibt jedoch immer etwas Graschnitt liegen, solltet ihr eure Messer einmal genauer anschauen. Sind die Flügel am Messer vielleicht zu klein oder schon fast gar nicht mehr zu sehen, dann solltet ihr definitiv zu einem neuen Messer mit schönen großen Flügeln greifen. Hier kommt unser Partner für das heutige Video ins Spiel. Rasenexpert.com Auf Rasenexpert.com findet man für viele gängige Benzinmäher von zum Beispiel Honda, Sabo Husqvarna, John Deere oder weiteren Marken passende Ersatzmesser. Und das zu absolut guten Preisen. Ihr könnt in der Suche einfach euer Modell eingeben und bekommt das passende Messer angezeigt. Hier haben wir zum Beispiel unser Honda-Mär. Das Messer zeichnet sich dabei besonders durch die hohe Qualität aus. Natürlich made in Germany. Ein weiteres Highlight sind die besonderen Flügel der Messer. Diese sorgen dafür, dass das Schnittgut besonders gut aufgenommen wird. Wenn du also die eben beschriebenen Probleme bei deinem Rasenmäher hast und nach einem neuen Messer für dein Benzinrasenmäher suchst, schau doch mal bei Rasenexpert.com vorbei. Für dich als unseren Abonnenten haben wir sogar noch ein 20% Gutscheincode unter diesem Video in der Videobeschreibung gepackt. Übrigens, im Shop gibt es noch viel mehr als nur Messer. Schaut also mal rein. Wir haben das Messer gewechselt. Wie das geht, haben wir euch nochmal in einem vorherigen Video gezeigt. Dieses verlinken wir euch noch einmal unten im Video. Natürlich mussten wir das dann auch gleich einmal testen und sind wieder eine Bahn gefahren. Du siehst, dass der Rasen nun wieder sauber abgeschnitten wird und fast gar kein Rasenschnitt mehr liegen bleibt, sondern alles schön im Fangkorb landet. So soll es sein. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Rasenmähen an. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.